Ich weiß, dass die Freiheitsstraße Ihnen von Nutzen ist, aber es ist aussichtslos, diese Sarkanesen davon zu überzeugen. Wir sollten warten, bis der neue Botschafter kommt. Können Sie mir sagen, warum Ihre Freundschaft zu diesem Mann, der nicht den geringsten Einfluss auf die dortige Politik hat, Sie qualifizieren soll? Dion ist für Sarkhan genauso wichtig, wie de Gaulle es für Frankreich war, bevor er die Präsidentschaft übernahm. Er dürfte wohl heute der einzige wirklich populäre Mann in ganz Sarkhan sein und er hat einen überaus großen Einfluss auf die Bevölkerung. Wir wollen nicht das Gras sein unter den Füßen der kämpfenden Elefanten von Ost und West! Wer wusste von dem Plan einer Massendemonstration? Die ganze Bevölkerung Sarkans ist einer Meinung in der Ablehnung des amerikanischen militärischen Abenteuers hier. Ich halte dich für einen gefährlich falsch informierten Menschen mit einer eigenartigen Vorstellung von den Idealen, für die Amerika eintritt. Dies hier ist Sarkhan und nicht die Vereinigten Staaten. Du euchlerischer Judas! Wir wehren euch völlig gleichgültig, wenn es gar keinen kalten Krieg gäbe! Kannst du mir nicht sagen, was los ist? Granger, hier McWhite. Wir befinden uns in einem politischen Alarmzustand. Das ist hier dringend. Oh! That one!